Yo, ho meine Freunde der guten Unterhaltung und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yogi News Und heute sprechen wir mal, wer hat es gedacht, nicht über Eternity Code, sondern über ein paar Jump Promos, die es auch momentan nur im OCG gibt Wenn ich mich nicht irre, ich denke mal die Karten werden dann so nach und nach in Sets bei uns dann auch geprintet werden Und zwar bekommen wir ein bisschen Support für Speedroid, des Weiteren aber auch für DDD, beziehungsweise DD Und ja, ich würde sagen, wir beginnen auch einfach mal mit der ersten Karte, insgesamt werden es dann 3 sein Und die erste Karte ist hier Speedroid Kart Turbo, vom Karten-Typ ein Effekt-Monster mit den Attributen Wind-Typen-Maschine Level 3, was ich vergessen habe, ist noch ein Empfänger-Monster Und ATK hat die 800, der Dev 1200, jeder der Effekt ist auch hier Once Return Beim ersten Effekt, falls du ein Wind-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte von deiner Hand spezialbeschwören Aber für den Rest dieses Spielzuges kannst du keine Monster-Effekte mehr aktivieren, außer den von Wind-Monstern Da beim zweiten Effekt, du kannst diese Karte und ein Speedroid-Monster von deinem Friedhof verbannen Wind-Monster, die du kontrollierst, erhalten 800 ATK bis zum Ende dieses Spielzuges Und das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Support für eigentlich jedes Synchro-Deck Da es ja mehr oder weniger generisch ist, solange man halt ein Wind-Monster spielt Und natürlich auch Support für das eigene Thema, also halt für die Speedroids Des Weiteren eventuell auch spielbar in Wespen, da die ja auch halt Synchro spielen und halt Wind-Monster Ob das Ganze eventuell kombinierbar ist, muss man mal schauen Und dann kommen wir zum zweiten Monster, und zwar Speedroid Block & Roll Und ich finde die vom Artwork her, Leute, die ist echt gelungen, fahre ich mega Und vom Kartentyp haben wir hier ein Effekt-Monster, Attributenwind, Typenmaschine Level 4, ATK 1000 und The Dev 1800 Jeder Effekt ist auch Once Return, hat allerdings aber auch nur einen Und falls dir die Karte als Material für eine Synchro-Beschwörung auf den Friedhof gelegt wird Du kannst ein Speedroid Token von Typ Maschine, Attributenwind Und ATK 0, Dev 0 als Spezialbeschwörung beschwören Die Stufe des Tokens wird zum Original-Level des Synchro-Monsters, das diese Karte als Material verwendet hat Genau wie bei der ersten Karte ist es halt auch cooles Support für Synchro-Decks Des Weiteren eventuell auch in Wespen mit einbaubar Und vom Artwork her, wie bereits erwähnt, finde ich die echt mega gelungen Und halt auch echt guter Support halt im Allgemeinen für die Speedroids Ich finde das hier mit dem Token, der sich dann noch dazu specialt, echt sehr gut Und ich denke mal, dass man dann halt, ja, noch weiter in die Synchro-Plays reingehen kann Was genau die Speedroids im Allgemeinen machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht Weil ich mich mit dem Thema so noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe Ich glaube, die kamen auch in dem Display-Pserse-Set High-Speed Raiders raus, wenn ich mir nicht irre Das war auch übrigens ein Set, was ich da, ja sag ich mal, letztes Mal geöffnet habe, als ich aufgehört habe zu spielen Und dann kam, glaube ich, bzw. davor kam Clash of Rebellions Irgendwie so war das auf jeden Fall, war das die Zeit, wo ich aufgehört habe Und da kam halt die Speedroids raus Und schreibt einfach mal eure Meinung zu den Karten in die Kommentare Und was sie alles so können von der Mechanik her, zumindest so grob Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu einer Karte, die die meisten Spieler hier freuen wird Weil die Fanbase halt einfach so groß ist Und zwar DDD oder DD-Dog Also DD-Hund quasi Und vom Kartentyp Effect-Monster Also vom Kartentyp haben wir hier ein Effect-Pendel-Monster Und Attributen Finsternis Typen-Unterweltler Level 6 Und ATK 2000 Death genauso 2000 Die Pendel-Scale ist hier 3 Und beginnen tun wir jetzt einfach mal mit dem Pendel-Effekt Du kannst ein Fusions-Synchro- oder Exis-Monster, das dein Gegner kontrolliert, wählen Annulliere die Effekte des Monsters bis zum Ende dieses Spielzuges Dann zerstöre die Karte hier in der Pendel-Zone Also diese Karte hier Und das Coole ist auf jeden Fall, dass ihr hier einfach mal Effekte annullieren könnt Während die Karte halt in der Pendel-Zone ist Was hier mehr oder weniger nicht so schwer ist Von daher, hier auf jeden Fall ein guter Pendel-Effekt, wie ich finde Und dann beim Monster-Effekt, einmal pro Spielzug Falls dein Gegner ein oder mehr Fusions-Synchro- oder Exis-Monster halt spezialisch wird Du kannst ein dieser Monster wählen Während dieses Spielzuges kann das gewählte Monster nicht mehr angreifen Und seine Effekte sind halt annulliert Erstmal, wie bereits erwähnt, der erste und zweite Effekt hier Schon mal wirklich sehr coole, ja, Negates-Effekt Schreibt mal eure Meinung zur Karte in die Kommentare Und die Scale finde ich mit hier 3 eigentlich auch ganz in Ordnung 0 wäre natürlich noch einiges besser Aber dennoch hier alles in allem Eine wirklich coole Karte und Support für die DDDs Finde ich ziemlich cool Und ich denke mal schon, dass es das Thema weiterhelfen wird Jetzt mit der neuen Master Rule Werden die DDDs oder so einem, ja, um einiges besser, was das angeht Mit der Karte dann noch oben drauf Denke ich mal schon, dass das Thema eventuell mehr, denke ich mal, reißen wird in der Meta Schreibt eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare Und im Allgemeinen zu allen Karten, die ich hier vorgestellt habe Wie gesagt, die sind momentan nur im OCG Also müssen wir mal abwarten Ich werde definitiv, sobald wir mehr Informationen haben Wann die kommen werden und in welchem Set Dazu nochmal ein Video machen Aber hier schon mal wirklich ziemlich coole Karten, wie gesagt Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare Und ich würde mich natürlich wie immer Wenn euch das Video gefallen hat Über einen aktiven Daumen nach oben freuen Wenn ihr sagt, das Video war scheiße Könnt ihr natürlich auch ein Dislike dalassen Bitte aber auch nur dann Wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt Und sonst wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag Abend Je nachdem, wann ihr das Video seht Wiederschauen Und reingehauen Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020